Hallo, ich bin Johanna, ich bin die Veranstalterin des Besondersmarkts in Hamburg. Mein Beitrag ist der Besondersmarkt, den ich zweimal im Jahr veranstalte. Da kommen 80 Aussteller zusammen aus den Bereichen Design, Food und Handgemachtes. Die Aussteller erklären die Prozesse, die dahinter stehen, erzählen vielleicht nochmal eine kleine schöne Anekdote für die Besucher. Und außerdem habe ich den Besondersladen und ich freue mich über alle, die vorbeischauen. Mir gefällt das Niendorfer Gehege sehr gut in Hamburg. Das ist ein kleiner Wald und man kann da toll laufen gehen. Für Kinder ist es ganz toll, die können da im Wald spielen. Es fühlt sich einfach an wie auf dem Land sein. Und so nah an der Stadt, das finde ich sehr attraktiv. Ich gestalte Hamburg bunt und wir machen das alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.